hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar diesmal wieder aus der challenge zusammen mit ls profi jo da sind wir wieder zurück in einer neuen aufnahmesession und jo heute haben wir wieder ein bisschen besetzteres l und zwar ist oder dumme der kreis und daher zocker kuchen a.k.a felix so leute wir sind ja aktuell im aufbau vom team natürlich immer nur leute man muss es ja macht aber zu erwähnen deswegen bewerbung kann man in der video beschreibung machen joh auf die c mhm und der seh ich sogar seit der zeit wieder zwei joh komm hau raus du hast es auf der zunge was ich ja du ich hab gar nichts auf der zunge doch du hast was auf der zunge was denn ich wollte gar nichts sagen irgendwo spack da gerade bei mir ja du hast doch was bekommen oder was geholt ich krieg mein mailwerk nicht aufgestellt ach so diesmal ist ja 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 und zwar habe ich mein pc wieder aufgerüstet meinen teuren pc ja und zwar habe ich mir hätte meine grafikkarten abgeholt und zwar ist es rtx 3060 ventus edition mit zwölf gigabyte und ja ich hoffe die bildqualität und der ganze grafik hinens passt so für euch wenn ihr noch was umstellen wollt geht dann haben wir mal außer ein shader vielleicht noch aber die haupteinstellungen vom kollegen vom ls sind auf die höchsten einstellungen wo es geht und hier haben wir 60 fps ja der kollege hat sich wieder problem mit seinem schneitwerk wie her mein mailwerk ein unkompetenter lungen dabei der dagegen gefahren ist ach ich kann mir auch schon denken wer ist es zuvielig der nils ja das habe ich auch in der folge gesehen in der der gegner fahren ist ach ja habe ich ja gesehen weil ich tue deine folgen spionieren wow so einer willst du also warum ich muss den kollegen erstens einmal unterstützen und zweitens muss ich einmal schauen was er so in der folge treibt natürlich und jo schreibt gerne eure meinung in den kommentare oder schreibt gerne mal in die kommentare wie ihr gaming pc so ausschaut was ihr für eine komponenten habt und jo so leute und wie viele folgen sind das jetzt hier das 85ste glaube ich die 85ste leute das ist 5 folgen ist die 90ste und dann sind es noch 10 dann ist das Finale und jetzt nur mal so nach dem Finale ist ja nicht so als für mehr aufhören hier mit allem ähm ich bin jetzt schon mal vorgespannt sein nach dem Finale auf das neue Projekt weil da sind wir jetzt schon ähm seit 2-3 Wochen am Plan und ich sag mal seid gespannt es wird wirklich geil ne da haben wir auf jeden Fall hast du die Folgeplan vor allem wenn ich schon seh wie viele kleine Leute und die viele geile Rollen wir bis jetzt schon haben das ist echt geil aber seid mal gespannt und jo das seht ihr dann in sogar 2-3 Wochen Jo Herr Kollege ich hab nur kleines bitte machen sie sie hab kleines bisschen lauter Ich muss ihm kurz Sven anrufen Grüezi gut und zwar hätte ich gern den Dome gesprochen Ja Ich hätte Misse zu verkaufen brauchen sie etwas Ich brauche nicht unbedingt aber ich kauf es auch Okay Dann schau ich einmal wie viel ich zusammenkriege und dann komm ich bei ihnen einmal vorbei Bezüglich preislich wollte ich sagen kann ich 100 machen pro Tausendzitter Okay Weil ich schauen und dann und dann melde ich mich nochmal bei ihnen Jo Fast Ciao Ciao Fast Ciao So Herr Kollege Hallo Herr Kollege Wo ist denn der Herr Kollege schon wieder Herr Kollege Keine Ahnung So Bin ich jetzt lauter? Meister Sagen wir mal was Passt das jetzt so? Jo jetzt passt es Perfekt Herr Kollege Oh gleich geht das jetzt mal für ein Leberkäse Oh Alter Oh Mit dem Brötchen Oh Mit Senf oder Ketchup? Mit Senf oder Ketchup? Mit Ketchup Senf bin ich jetzt eh nicht so der riesen Perfekt Herr Aber das gibt Tausend Weil ich meine Der eine sagt Ketchup Ketchup Hallo Ketchup Der eine sagt wieder Ketchup 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 Ich hätte irgendeiner Durchs Dorf mit Ich kräfte ich Ja muss ich Mit 300 km Natürlich Hat der jetzt wirklich die scheißgebilden aus Alter Ich kattere Jo Natürlich hat er kollision Das war mir so Klar ey Aber es gibt echt guten Ertrag Muss ich euch sagen Das ist schon nicht wenig Aber ich habe auch echt geiles Mehl weggekauft Guck mir die Wege gefallen mir immer und immer mehr Voll was gespannt mit dem NoHollander Das sieht halt einfach so sexy aus Achso warte mal Jo So Dann werden wir mal das so machen wie wir auf die Sock kommen Na ich schau mal kurz weiter So 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 Willi Was gibt's noch? Ich bin jetzt viel glücklicher gerade Warum? Weil ich gerade eine Summe äh Gesagt bekommen habe Von meiner Silage Ah ja Was? Ja das wollte nicht Bekomme ich den Kontostand ich aktuell habe Bekomme ich für die Silage Was? Wollen sie mich verarschen? Den bekomme ich für die Silage die ich habe Den bekomme ich für die Silage die ich habe 300 Euro in der BGA kriege ich für den Äh 422 Tausend Liger liefer ich aus Was? Wollen sie mich verarschen? Nur Muss er bis zum nächsten Tag warten Weil er aktuell nicht so viel Geld hat Was machen sie eigentlich aktuell? Ähm Ihm Ihm laut Gott den Mist auf Na dann Ich habe Achtung mit der Sattel zu Leuten nur Falls ihr euch wundert Hallo den Herrn Justin hätte ich gerne gesprochen Ja Ja Privatgespräch oder so Na Es geht darum Wir bräuchten bitte den Äh Zulassungsschlüssel damit wir das da abkippen können Weil ich glaube das ist ihr Kipper oder? Mit dem was die Silage kippen Ne Das ist der ein Kipper vom LU Ah ok Und diese Seite Ablieferer haben äh von mir die Zulassung bekommen Passt Danke Jo Jaa Und zwar wegen dem Mist wo soll ich den denn hinbringen? Zur Biogasanlage bitte wenn möglich zu meiner halten Einfach einen Drift da reinschmeißen Da bei 14 oben Bei deinem Feld 14 Ja genau Was dann komme ich da in 5 Minuten hin Und ich hätte noch eine Frage weil der LU-Fahrer war gerade bei mir an den Herren Justin Das ganze Silo Oder Das ganze Silo herbringen oder nicht das ganze Das ganze Silo genau Alles Was leite ich weiter, steht das unternehmen wir Ciao Jo Wir machen jetzt nicht an Silagen Habe ich genug Habe ich genug Ich muss vielleicht mal mitschaffen Lass mal machen Jo herr Kollege wie geht es Ihnen sonst so? Ziemlich gut, ziemlich gut Du hast Freit mich, du hast Freit mich Ja Haben sie mitbekommen hier, das ist mittlerweile ohne die Flutopfer auch Futterlieferungen bekommen oder Futterspenden von anderen Landwirten Ja das sind die extrem nett von den anderen Leuten, damit sie die echt unterstützen Ich auch Weil man muss ja so sagen Eigentlich kann man sich glücklich schätzen, dass hier so viel Regen kam Weil dieses Jahr ist tatsächlich Heu bei manchen Gebieten ziemlich ein Überfluss Also hier zum Beispiel in unserer Umgebung gibt es unnormal viel Heu Also da gibt es ja auf manchen Flächen, wo es letztes Jahr nur 20 Ballen gegeben hat, gibt es heute einfach mal 100 Also der Regen ist schon krass Er hat zwar auch Nachteile wegen den Flutopfern Würde es nicht so viel Regen geben wäre wahrscheinlich das ohne nicht gewesen Aber man muss schon sagen Es gibt da wirklich ziemlich viel Futter im Überfluss Mhm Deswegen hast du schon krass Mhm Ja Na, wo sagen sie so dazu? Sowas Ja, keine Ahnung, so wie bei ganzen Situationen wie das passiert ist draußen Dann haben wir das weiter, keiner genau wie und was Da ist es allein für die Flut und zu viel Regen Mhm Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir ein Wetter wünschen könnte für nächstes Jahr wäre es Ungefähr genau dieses Wetter nur mit bisschen mehr Sonne Das ist nämlich bei uns aktuell ziemlich wenig Sonne Vielleicht mal Das Beste, was wir haben, kannst du eigentlich in Wochen für das Sonne Eine Woche Sonne, eine Woche Regen Eine Woche Sonne, eine Woche Regen Also ist es bei Ihnen nur bewölkt oder so? Ja, es war die letzten Wochen jetzt bewölkt oder so? Bei uns, so wie heute Zeitpunkt der Aufnahme hat es heute 37 Grad gehabt Ja, diese Woche hier ist ziemlich warm, diese Woche mäht auch jeder in unserer Umgebung Mhm Jo Na, schauen wir mal Aber Ja Ja So ein mittelmäßiges Wetter damit Nichts passiert So Katastrophen Das ist ja mal am liebsten Weil wenn zu heiß ist Ja, wenn ich durch den Klimawandel Würde es so eine Aktion nicht weniger geben Ja Es würde es immer mehr leider geben Weil Weil Leber ist Ein bisschen kühler dafür kein Hagel Weil ich habe gar kein Lustervogel Hagel ist ja wild, wenn du von so kleinen Hagel können erschlagen wirst Aha Kleine In meinem Nachbarbundesland Da hat es Tennisbälle übergekogelt Ja Ja, das ist bei uns noch nicht so Der Fall Wow Was ist los? Nix, ich habe die Einfahrt verpasst Hä? Achso, also Alles Wow Was ist los? Was macht sie, dass es nicht geht? Ich muss kurz hamlai telefonieren Nix, auch mit Röhre again Na Na Dann Ist ist einfach einmal rückwärts anfahren Здur Hallo Hallo Da bitte einmal rückwärts ran fahren Hau mal 11730 Funktioniert das mit dem Ladewagen mehr Oder was? 11730 Liter Jo Spure Funktioniert dieses, mit dem Ladewagen mehr Oder was? Warte kurz. Mit meinem Ladewagen schon, aber ich krieg viel, viel weniger aus hier, als wie du ablärst. Du musst mir einen Status geben, damit ich dich abladen kann. Gleich. Das ist mit meinem Ladewagen. Dann kriegst du schon. Hast du. Ah, wir haben da mehrere Anhänger. Kipp einfach da vorne ab. Kipp da vorne ab. Einfach da vorne abkippen. Ich muss dann eine fahren. Es sind sehr viele Anhänger. Da kannst du nicht abkippen. Runter von deinem Kreis musst du. Da einfach abkippen. Mit Steuerung oder was? Ja. Passt, danke. 11.730. Mal 100, haben wir gesagt. Ja. 1173, 1200 Glott können wir machen. Passt. Wieder. Danke. Ciao. 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 So, dann haben wir jetzt das abgeliefert. Und jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.